Hi, herzlich willkommen zu diesem ASMR Video hier auf diesem kleinen Kanal. Heute ist ein Special-Tag, denn es ist der 31.10.2021. Was bedeutet, es ist Halloween und natürlich gibt es dazu auch von mir ein kleines Halloween-Special im Bereich Spray-Paint natürlich. Und in diesem Fall machen wir ein extra Video zum Thema Halloween. Dafür habe ich eine Vorlage aus dem Internet gefunden, die ich extrem cool fand. Die habe ich etwas abgeändert und ja, daraus ist jetzt ein fertiges Bild entstanden. Das Video ist etwas kürzer geworden, aber ich sage mal so, lieber es ist ein knackiges, kurzes, cooles Video wie ein etwas zu langes, langweiliges. Und ja, aus diesem Grund gibt es heute ein ASMR Spray-Paint-Video zum Thema Halloween. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt rein und sehen uns dann gleich. Beim Sprayen wieder, okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, wir sind jetzt beim Spray angekommen und als allererstes müssen wir schauen, ob ja, das Bild überhaupt gescheit auf unsere Leinwand passt. Das habe ich nämlich am Anfang nicht gemacht und deswegen markiere ich mir erstmal ganz, 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 ganz grob, wo überhaupt, ja, das ganze Bild dann hin soll. Und wie es denn ungefähr aussieht. Und ja, dafür fange ich jetzt erstmal an und habe mir erstmal eine Fläche gemacht für meine Unterschrift. Die habe ich leider im Endeffekt dann doch nicht dahin gemacht, weil, ja, aufgrund vom Wetter hat das Ganze nicht so gut mit dem Trocknen funktioniert. Deswegen musste ich etwas improvisieren und habe direkt mal angefangen, ja, meine komplette Fläche erstmal grob mit schwarz zu besprühen. Und mich dann dafür entschieden, ja, das Gemälde doch etwas anders zu machen und mit einer komplett grundierten schwarzen Fläche anzufangen. Und deswegen, ja, fülle ich hier gerade das komplette Leinwändchen ein bisschen aus und lasse es trocknen. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir dann auch schon loslegen mit der richtigen Besprayung. Dafür positioniere ich jetzt erstmal alle kleinen Teile, also in meinem Fall jetzt noch ein paar Fledermäuse und natürlich mein großes Gesamtbild. Und das Ganze wird dann jetzt mit ein paar Steinen fixiert, damit mir das Ganze nicht wegfliegt. Bei den kleinen Fledermäusen habe ich einfach gehofft, ja, dass die Untergrundfarbe noch ein bisschen, ein kleines bisschen irgendwie, ja, feucht ist und dass das Ganze ein bisschen besser hält. Hat leider nicht ganz so gut geklappt. Also die kleine mittlere Fledermaus, ja, das werdet ihr da auch sehen, die verabschiedet sich relativ schnell. Ähm, und, ja, genau jetzt. Und dann habe ich auf jeden Fall angefangen, die Mitte etwas mit so ein paar Blau- und Grüntönen zu besprayen. Ähm, das habe ich dafür gemacht, dass mir das Ganze ein bisschen wie eine Nacht aussieht, beziehungsweise, ja, wie ein bisschen Vollmond. Und das wird einfach mein Hintergrund von diesem Bild werden. Als nächstes bin ich dann hingegangen und habe mir gedacht, okay, im Hintergrund hätte ich gerne noch so eine Art Mond oder Mondschein. Ähm, oder so ein bisschen was Mysteriöses, aber Helleres. Und deswegen habe ich einfach mit einem Hellblau und ein bisschen Weiß, ja, so eine Art Mond- oder Lichtschein simuliert. Und, ähm, das ist schon mein ganzes Nachtbild für die Kürbisse. Und für das Haus habe ich mich entschieden, einfacher so ein, ja, helles, gelb-orange zu wählen. Wie wenn man halt ein Licht, ähm, in den Häusern, beziehungsweise Kerzen, in den Kürbissen anhat. Und da bin ich jetzt auch nicht hingegangen und habe ganz genau darauf geachtet, dass ich nur das Haus erwische. Sondern ich wollte so ein bisschen Lichtschein, ähm, in das Bild reinbringen und habe deswegen ordentlich drumherum gesprayt, auch mit dem Orange. So, und als nächstes habe ich dann eine Silhouette gemacht mit meinem schwarzen, ähm, Spray. Und bin dann einfach mal großzügig aus drumherum gefahren, denn das ganze Bild, ähm, soll ja nur ein Kreisausschnitt werden. Also ich möchte kein viereckiges Bild, sondern ich möchte nur einen runden Ausschnitt haben. Und deswegen bin ich hingegangen und habe, wir haben so ein bisschen Nacht, beziehungsweise, ja, eine Silhouette gemacht für das Bild am Ende. So, und jetzt ist mir aufgefallen, dass unten links in der Ecke, ja, ich ein bisschen ein Fenster übersprayt habe. Das Ganze habe ich noch etwas ausgebessert und, ähm, dann weiter mit der Silhouette gearbeitet. Wenn das ganze Wald, äh, fertig ist, wie in meinem Fall jetzt, bin ich hingegangen und habe alle Steine wieder entfernt. Und, ähm, konnte dann anfangen, die Schablonen, also die zwei Fledermäuse und den großen Baum mit dem Haus, langsam wieder zu entfernen. Ähm, ich habe davor die Farbe natürlich etwas trocknen gelassen. Manchmal ist es auch von Vorteil, die Farbe nicht ganz so stark trocknen zu lassen. Also, wenn ich gesprayt habe, dann, äh, zieht relativ schnell die Sachen wieder ab. Denn sonst ist es so ein bisschen, ja, kann, äh, die Farbe auch einreißen. Und, ähm, deswegen lieber schnell die Sachen entfernen. Und, ähm, dann sieht man auch schon, okay, das ist das Feldbild, aber es ist noch etwas unschön an den Kanten und Ecken. Und, um das zu korrigieren, bin ich einfach hingegangen und habe einfach nochmal ein bisschen eine Silhouette drüber gesprayt. Ähm, ja, ist relativ simpel eigentlich. Natürlich, ich habe nicht groß drauf geachtet, was ich überspray und was nicht. Bin einfach grob, äh, drum rumgegangen. Und, äh, ja, jetzt bekommt es einen Pop-Out-Effekt und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Und damit sind wir auch schon durch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das ganze Video ein bisschen gefallen. Und wir schauen uns natürlich jetzt das endgültige, äh, Ergebnis an, wie das Bild geworden ist. Das Ganze habe ich hier. Und, ähm, ja, ich finde, es ist extrem cool geworden. Und dafür, dass ich nur eine einzige Schablone verwendet habe, wenn man die Fledermäuse abzieht, natürlich, ähm, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, das kann auch quasi jeder zu Hause nachmachen. Also, wenn ihr mal was ausprobieren wollt, ob es euch gefällt, hier Spraypainten, dann ist so ein Bild hier, ähm, super geeignet für euch. Beziehungsweise, ja, daraus könnte man eigentlich mal, ähm, ein, ja, ein eigenständiges Video machen, falls ihr mal drauf Lust habt, das auch mal auszuprobieren. Ähm, ich empfehle euch das aber trotzdem, im Frühling anzufangen, das ist deutlich cooler. Denn jetzt, wenn es so kalt ist, und, ähm, ja, dann trocknet die Farbe nicht so gut. Und deswegen, naja, fang lieber am Frühling an. Auf jeden Fall, wir haben eine Schablone benutzt. Und im Prinzip drei Farben. Schwarz, orange und blau. Ich habe natürlich bei mir jetzt noch ein anderer Blau, Schöner und Weiß benutzt. Aber im Endeffekt ist das, äh, super simpel zu machen. Und, äh, ja, sieht trotzdem sehr, sehr cool aus. Ja, und damit hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Jetzt hat ein bisschen Spaß und einen wundervollen Halloween-Abend. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Mittagabend, oder? Wann auch immer, dass ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.